so meine freunde wir öffnen den stampfkessel genau gut wir wissen es echt eingestellt schnauze 37 stück was einfach mal die empfindlichkeit da muss ich so schreien du musst ja nicht schreien du kannst normal reden ich muss schreien du musst bloß in einem angenehmen ton reden du spaßt so trick e follow und oh ja die erste karte ist eine secret rare garde war also ich bitte euch wenn euch das jetzt kein like auf diesem video wert ist dann werde ich jetzt in die dusche gehen und weinen da muss riecht sogar rülpsen deswegen hab ich aber nicht gemacht weil sonst kommt da jemand das sieht echt geil aus mit dem übelteil richtig nice ja keiner muss besser werden ja find ich gut find ich gut guter start und dazu das übelteil kommt schon das übelteil es kommt ins herrn herz dazu lachen wir ziehen aus den 37 packen zwei secret rare sei das wäre so die hatte und gerade wo die ex sieht mir aus als würde wir bei den gerade wo die ex-deck bauen auf zu klimpern sonst klatscht es und ein schiff was denn das andere haben was mit wirbelwind weißt du das böse ah ja und usasa amungus 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 oh mega stahl aus ex also das läuft ich will jetzt nicht sagen ob das läuft was soll zu den packs sind gehackt oder? nee klar hast du die codierung verändert hast du das spiegel geknackt panferne holo und eine mega break erstmal kopfdrehen ja der schaden dieses angriff wird durch schwäche resistenz oder alle anderen effekte auf den aktiven vorken eines gegners nicht verändern immer 100 damage egal das kommt immer schön in die fresse so das nächste wie scharf holo zeig mir das s alter so amaldu noch mit der ganz guten weiten attacke genau aber ich glaube es war nicht mal so schlecht also von daher könnte man sogar auch nutzen und wie oh ja rasav und gastrodon jetzt darfst du es klappern hier nein das sind die eiswürfe rippo war das nicht in gen 5 übelst op weil es keine schwäche hatte gen 4 war es übelst op op auch noch weil es halt keine schwäche hatte echt ok easy volkanian jacks das läuft gut op hat ja nur ne fehlschwäche deswegen frag ich noch ach stimmt ja kann sein keine ahnung mir egal ähm 4 jacks cod haben wir jetzt schon gute ausbeute ist leer ist leer hutsasa und nido king das hat mir irgendwie scheiße ja das gefällt mir auch nicht ganz echt kacke gemacht obwohl ich nido king eigentlich sehr mag oh volkanian full art sieht mir doch mal ein volkanian deck aus das ist klar wie klobis brühe rombos und inner volkanian in die x-code dann können wir eigentlich volkanian sogar spielen und rippo genau so wie batoost und boomer das ist ein idiot seitdem du hast mich jetzt immer wegdrehe wieder braholo und braholo ja das ist so mit und stiften gemalt oh rahmott als wirst und fiaro als wer und er kann schwingen kann schwingen muss man durchlesen ja 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 so schlecht ja ist es auch nicht und keine rückzugskosten kein bisschen schlecht ja wir wie beim wie bei owas hat man vielleicht kein bisschen schlecht so nochmal raus auf eine hafenweise wummerholt dabei ja ja das hat doch echt nur wummer angewummert wummert ich erinnere ich dich auch du ich dich auch Kobalium. Ja, ist so so. Hex-Heil. Hex-Heil. Oh, mega Gardevoir Hex. Ritte Gardevoir in der Reihe. Sieht aber richtig geil aus. Fullert sieht sogar noch ein Stück besser aus, finde ich. Das ist noch shiny. Ja, richtig cool. Und? Oxy-Fork. Ja, naja. Muss man nicht haben. Eigentlich müssen wir jetzt noch auf ne Vulcanion schwitzen. Gleich gut. Oder? Oh, Fjaro-Break. Doch, nicht schlecht. Wege all an diese Pokémon angelegten Vollenergien auf deinen Ablagestapel. Macht aber 50 Schaden und hast nur 70 Kp. Sei froh, dass es keinen Recoil gibt. Ja, das stimmt. Gecoilt. Oh, Gott. Gecoilt auch gleich mal. Oh, bitte nicht. Oh, unsere zweite Mega Gardevoir Hex. Easy. Leute, easy. Weißt du, ich soll immer nach nem Gardevoir weggoogeln? Wäre vielleicht ne Idee. Bitte, Leute, können wir spielen. So, Rasa. Ich glaube, ein normales Gardevoir fehlt noch als der normale Gardevoir Hex. Du spielst meistens 3 Mega und 3 normale. Ja, okay, aber eigentlich schon. Aber wir haben noch normale Mega Gardevoir. Also normale Mega Gardevoir. Den bloß. Also mit fehlenergie bloß. Und? Watrago. Komm, wir wollen die Ex-Karten, Leute. Ihr wollt, ich wills. Ist einfach so. Oh ja, du willst wirklich. Ich wills wirklich. Oh ja. Ich will die Ex-Karten sehen. Oh, Pyroleo. Ein Äschern. Ein Geascht. Ein Geascht. Ein Geascht. Klick die Klack. Da kommen die Mega Gardevoir Hex vor Ort. Ding, 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 ding. Ich Ja, das wär schon sinnvoll jetzt. Stimmt, wir sollten's spielen. Na? Wenn man's schonmal zieht. Wenn man's schonmal zieht, kann man's schonmal spielen. 50.000 Mal. Können wir jetzt nochmal normal ziehen? Also ein normales Gardevoir wäre natürlich episch. Da kann man's wirklich Incend bauen. Und? Daktilas. Gengulist und Cobalium. Das wird immer noch als neu angezeigt, obwohl du's eigentlich schonmal hattest. Ja, das ist immer neu, weil's Holo oder Reverse... Ach so, das wird dann noch extra. Ja. Easy. Zwei Secret Rare Gardevoir Hex. Ich krieg die Tür nicht zu, Leute. Das ist einfach bloß ein Scheißlack, was wir hier haben. Aber weißt du warum? Weil der Heat hier ist. Der Heat ist da. Leute, wir machen ein Gardevoir Hex Deck. Da ist jetzt schon versprechen. Und noch mal Eweltal, oder? Eweltal. Ja, wir haben jetzt... Wie für uns? Wenn wir jetzt noch ne Vulkanien ziehen, wir sind durch. Perfekt. Vulkanies Secret Rare Show zu machen. Komm schon. Und? Schade. Das wär jetzt echt lustig geworden. Dead Ass, Alter. Dead Ass. Jetzt sag mal wirklich. Das sieht ja aus wie ein übelster Arsch, oder? Dead Ass zum Schluss. So. Wir sind fertig. Wir haben keine, ähm, Hacks mehr. Wir setzen uns jetzt dran und bauen ein paar schicke Decks für euch zusammen. Und die Deckprofile und was es dann so in Season 2 gibt von Loops of Cards, seht ihr dann demnächst. Und ich verabschiede mich beim Heat. Musst du erst mal noch sagen, ne? Was? Das letzte Video von Loops of Cards. Richtig bombe. Also die Folge sieben und acht waren das, genau. Der letzte, das was wir aufgenommen haben. Genau. Das letzte von mir. Genau. Die waren echt gut. Das letzte Match. Richtig spitze. Definitiv mal angucken und ja. Ich verabschiede mich jetzt und tschau.